Aus Spanien, Miriam Santana Ramos! Bitte willkommen, Julia Gondi! Drip, Takedown und er gelingt auch. Ein kleiner Außensichel, gut gemacht. Julia Gondi, die jetzt hier die Mountposition hat, also auf dem Bauch, auf dem Brustkorb ihrer Gegnerin sitzt, von hier aus natürlich fast ungehindert schlagen kann. Ja, sobald sie sich aufrichtet, werden diese Schläge wirkungsvoll. Das hier diese kleinen, wir nennen das Rabbit Punches, die sind kaum der Rede wert, aber das hier, genau das ist der Rede wert. Und da muss sie sich intelligent verteidigen. Ramos, sonst wird hier abgebrochen. Wird sie. Jakub Müller warnt da die Gegnerin und da ist der Kampf vorüber. Hier der Outside Trip Takedown und dann später saß Julia hier in der Mount, konnte sich aufrichten und diese Schläge, die waren gar nicht hart. Die meisten gingen auf die Deckung, aber es muss gar nicht so hart sein, sondern es reicht, wenn sich einer der Kontrahentinnen nicht intelligent verteidigen kann. Julia Dorni! Jürgen 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 Dorni!